Ja, komm hoch, komm hoch! Huh! Das ist ein Skiller! Yo, jetzt haben wir nur noch einen Low-Lightning-Trike, ne? Ich bin wieder da zu dir. Okay. Was nun? Also, ich bin jetzt offen. Ich weiß nicht, was dann noch raus? Ja, der Trike kann uns dann halt instant betäuben, wenn wir das Tor aufmachen, oder? Ja, ja. Also, du solltest da nicht so schnell rausgehen. Also, ich hab ihm eigentlich Schaden zugefügt, aber der hat's wahrscheinlich wieder gerettet. Ja, klar. Ja, den Trike kriegen wir ja nicht so schnell tot, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt mal drinnen bleiben mit Raketen auf dich schießen, oder so? Kann man versuchen. Okay, ich stell mal noch was her. Es ist übrigens, du hast nur dein Zeug alles, ne? Mhm. Die haben jetzt mein Zeug, ich hatte ziemlich viel Zeug dabei. Ich dachte halt, der ist irgendwo am Teleporter, weißt du? Der Lightning-Trike. Und weil das hier von außen überraschend plötzlich ist der neben mir. Also, das war ein bisschen dumm gewesen. Sehr dumm. Wir haben noch zwei Lightning-Trike. Ja, ich setz mich jetzt auf einen. Äh, die sind ja alle hier drüben drinnen, ne? Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Die sind an der Wand. Wo denn? Ähm, okay. Der Lightning-Trike. Kannst rauskommen. Ja. Wir sind draußen. Warte mal, ich muss mal Rendering ausmachen hier. So, okay. Wir wissen jetzt, soll ich jetzt durch das Gate rausgehen oder was? Hm, noch nicht direkt, warte. Wo machen die denn jetzt den Schaden? Die gehen welche wohl Tiere mit? Können ja auch noch ein Tier rausnehmen. Ja, können wir machen. Das könnte ja auch. Ja, lass noch einen Prime-Briggs mit rausnehmen. Einfach irgendwas draufschicken, weißt du? Ja, ja. das gute ist ja so war dann müssen wir jetzt mal runter rausgehen hier das geld aufmachen oder und du willst das war ein bisschen mit raufballern wie seht ihr halt wenn ich auch nicht erwarten kurz die wollen dass wir raus kommen wollen ja nicht mit den anderen so dass er griffbereit ist ja dann so machen ist auch kaputt ich brauche noch ein generator ok die seite in die seite in die seite flieger rechts rechts rauslaufen ja dann komme ich mit soll ich mit zwei kauf und mit dem prämen treten ich bin ich trau das ist nicht wie ich schaden holen noch einen kreis das ist eine volle machen oder was ich habe leid die teuer ich glaube ich oder angeblich Jaaaal Guck mal ob da irgendwo ein Lightning-Trike von denen ist Nee, seh ich nicht Okay, vielleicht sollten wir wieder zurück, oder? Willst du wieder rein machen? Ein Pass-Verwehrs, oder? Oder sonst? Ja, aber willst du... Soll die Verteidigung wieder halten? Vielleicht würde die Verteidigung halten, wenn wir einmal draußen sind Ansonsten sind wir... Theoretisch müssen wir dann die ganze Zeit drinnen bleiben Ja Noch haben wir genügend Dinos Also ich würde erst drinnen bleiben, wahrscheinlich wenn der Lightning-Tri-Gals auch stirbt Oh, da kommt was Rechts von dir Ja, Dordorex, ich jetzt Reißen Dordorex Steck mich unter der Mauer, oder so Funktionieren die Turtles hier oben noch? Äh, ja Ja Ja, der sieht mich doch definitiv auch Oh, die Schiebungen erkennen Fischt Könnt ihr versuchen, die... Ja, ich laufe mal einen Bogen Ich hoffe, das passiert nicht, wie das was holen passiert ist Ist nicht gut Ich laufe gerade einen Bogen, ich bin jetzt gerade auf der Hinterseite Ja, okay, da Sag mal Bescheid ob der... Ja, der kommt Bisschen... ne, der steht da noch Oh, jetzt wird es dunkel, dann wird es auffällig, wenn ich hier lang laufe, wenn es dunkel ist Den siehst du aber auch gut Geht immer weiter zurück, pass auf Ah, da hinten ist auch irgendwas rotes Wo ich ihn gucke Ich seh dich nicht mehr, leider Das sind ganz viele Prime Viecher und so Echt? Oh, pass auf dann Auch richtig viel Glaub ich Ich seh noch einen Dodorex leuchten und irgendwas Prime mäßiges, so ein Schweif, weißt du Irgendwie auf der anderen Seite von der Anhöhe, weißt du was ich mein? Also wenn die unsere Base gerade ausleucht Wo ist denn der Dodorex? Nö, mich seh dich leider nicht Ja, ich bin, ich bin links von hier Der Dodorex? Nö Da hinten seh ich den roten, rot leuchten Ah, da hinter mir sind Spiele Echt? Die Props war da Ja, da Läuf Machen wir so Wert, okay? Hatte der was an, oder? Ja Wow, ich nehme alles mit hier Ja, da kommt was, da kommt was Da kommt noch ein Elektro-Trike von links Die Seite, wo du auch gehst Oh, pass auf, da ist was In der Richtung Ja, das ist mehr oder was Ah, da ist richtig viel, da wo ich hingucke, ist richtig viel Ja, ist, ist, ist Ah, da habe ich doch was vorhin gesehen Die haben die ganze Zeit dort die Dinos gesammelt, jetzt kommen sie Okay, okay, du musst zu mir, warte Das ist ein Gegner, Regner, ich war Prime Rex Ich hab den, einen Rex hab ich draufgeschickt Da kommt jetzt gleich richtig viel zu dir Ja, hol den wieder her, hol den wieder her, hol den wieder her Ich soll den angreifen Ja, aber die killen den doch instant, Alter Bringt überhaupt nichts Wo ist denn der Lightning-Trike? Ah, wo ist der Lightning-Trike? So, die machen wir ein bisschen eine Ansage da hinten Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Komm schon, ich krieg's ihn, ich krieg's ihn, mach mal drauf Haben Okay, da ist dauernd jetzt auch noch den Trike Jetzt ist dann die anderen, dann ist dann die andere Okay, das ist unsere Das ist dann die anderen, davon Wo ist ein Spieler drauf auf den Rex und ich seh das nicht Der Rex ist durch Und du bist durch Ich bist durch Ja, der rennt weg von mir Aber stand den anderen noch, damit der nicht zu viel Schaden hat Ja Ich glaub, der greift mich jetzt an Ja, direkt, direkt Wo ist denn der drauf, ich seh ihn nicht Ja, genau da Auf dem Prime Rex, oder was? Auf dem Bröde Rex Ja Ich hab' keinen Überblick mehr zu dir Ah, hier auf der Katze Oh, was kann denn da reinsteh Ja Okay, dodo, äh, Lightning-Trike ist da und zu dir Ja Keine Ahnung Ich steh' ein Rocket Launcher drauf Zieh dich wieder zurück, notfalls sie dir Äh, nein, mir Wo ist denn unser Prime Rex? Lebt da noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich bin tot Mann Ich hatte halt keinen Überblick, wo der Spieler war Null Krass, ey, wie ich jetzt schon fünfmal gestorben bin, oder so Okay, dodo, äh, Lightning-Trike ist da und zu dir Keine Ahnung, hier ist ein Rocket Launcher drauf Die sich wieder zurück, notfalls sie dir Äh, nein, mir Ah, wo ist denn unser Prime Rex? Lebt er noch? Ja, ich nicht, ne? Okay, ich bin tot Mann Ich hatte halt keinen Überblick, wo der Spieler war Null Ey, wie ich jetzt schon fünfmal gestorben bin Äh, sie dir? Jetzt wird's eklig Ja, hat mich getötet Jetzt wird's eklig So, wir haben jetzt nur ein Lightning-Trike Würde ich jetzt vorschlagen, da wo die ein Loch reinschießen Äh, da müssen wir uns mit Lightning-Trike bereitstellen Und mit dem Prime Rex Ja Ich glaub, die kämpfen dann sogar noch gegen andere Das kann sein Also, was Sinn machen wird, dass wir auch mit zwei Prime Rexen nochmal schnell drauf gehen jetzt Ja Und Lightning-Trike, den haben wir gekillt auf jeden Fall Darum war ich auch verwirrt, weil einer war auf dem Saber auf jeden Fall drauf Und einer irgendwie auf dem Prime Rex Aber da kamen übrigens viele Da waren irgendwie mehrere Prime Geekers in Prime Rex und Dodo Rex und so Ich hatte dann keinen Überblick mehr, aber das war's Fies wär jetzt nur, wenn jetzt noch ein Lightning-Trike käme Ich würd sagen, den einen lassen wir jetzt drin Wir rennen jetzt mit den Prime Rexen, du einfach raus Und versuchen die jetzt noch irgendwie down zu machen Ja Grappian Hook wär der Beste, da Hättest du noch vielleicht reinschaffen können Ja, hab ich nicht dabei Ja, stimmt Ich hab ja auch jetzt nix mehr Ja, die Eternal Bench ist in der Gilly-Rüstung immerhin drin Eine billige, mehrere Set Die hatte ich vorhin gemacht Okay Ich hab mich jetzt einfach auf dem Prime Rex, ne? Ja Ich bin jetzt gespawnt Ich hab mich jetzt einfach auf dem Prime Rex, ne? Ich bin jetzt gespawnt Ich bin jetzt gespawnt Ich weiß nicht, ob wir noch hier... Die haben alle nicht so gute Sattel 170 nur, aber egal Ja, die kämpfen da immer noch so dir Bist du gespawnt schon? Ich bin gespawnt Okay, ich mach's Gate jetzt auf, ne? Okay Ähm... Mh... Wer macht's Gate zu? Ich konzentriere Alles klar Ah... Ich geh dann schon... Ich tauschen sie noch... So, ich geh schon drauf, ne? Der blutet schon, übelst tolle Da wohl... Der, 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 der... Der ganz anderen der Base ist, da ist einer drauf und spiele Okay, lass die jetzt erstmal killen Die können die nicht racken Tod? Da hinten ist noch einer Ja, und Dodorex ist auch weggerannt Ja, okay Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich pfeife mir einen Heal Potion rein Jetzt erstmal ein bisschen abwarten Ne, der Dodorex ist... Heal dich auch, ey Ja, ich hab noch was bei das Leben Ja, okay Da ist ein Elektro-Trike hinter dem Aber der bewegt sich nicht Ach, das ist ein Wilder, das ist ein Wilder Okay Ich lasse ihn noch so einer schnell tamed, Alter Der ist ein Lister Vor uns auch wehs Ja, ich sei's Ich hab ihn abgefangen Der ist abgesprungen glaub ich, oder? Ne, ne, der ist nur Buggy Ah Müssen aufpassen, ne? Ja, weil er nicht hinterher springen, wenn er eine Runde springen sollte Ja, lass ihn noch wegrennen Ich hab Angst, dass da irgendwie ein Elektro-Trike ist oder so Okay Du hast recht Du bist ja vor der Base, ne? Direkt? Ja Okay Liegt hier nur irgendwo meine Leiche rum? Zufällig Die müsste hier zwischen den Ständen sein Ja, irgendwo, ne? Okay Hier irgendwie... Okay, such mal, ich gucke an, dass keiner kommt Da vorne? Die Vorderbär ist vielleicht Na, hier ist auch ein Sack, da sind übelst viele Säcke Ja, hier bin ich gestorben Guck mal eben, pass mal auf Hier irgendwo hat man essen müssen, ne? Hier ist dein Sack, den kannst du luden, hier wo ich stehe ist dein Sack Okay Ich wollte es mal schnell Da ist Knappi Ich lute einfach alle Wow, Knappi hatte zu viel Zeug dabei, Scheiße Schmeiß einfach alles wieder weg Ja Ich guck Ob da was kommt Ja So, da ist nichts drinne Nichts drinne Äh, so, meins Sack noch finden Der müsste eigentlich Hier irgendwo war der Ja, ich bin ziemlich von der Base eigentlich gestorben Könnte das da vorne sein? Ja, das kann sein Ich war schon ziemlich weit vorne Ist er Ist er das? Ja So, wir haben jetzt Uhrzeit 12 Uhr Also in-game noch 6 Stunden Müssen wir doch schalten Umgerechnet vielleicht noch so 15 Minuten Ich schaffte sie meinen Beam zu töten Der Beam ist heute schon übelst aufgestorben Dahinten steht ein Prime Rex Wo ich hingucke Okay Ich guck grad nach unten Ob da irgendwas Thylokuleomis schlug kommt Ja Aber ich hab ne Longneck mit Darts Der kommt jetzt auf dich Der greift dich jetzt an, ne Ah, Poison, an die das und zwar Das und zwar, das und zwar Richtig gut Das in unserem Poison Tricy schießen Der müsste dann gleich betäubt sein Hoffentlich Ah, nicht rauslachen Mit bisschen Glück fällt er gleich um Ich weiß es nicht Also ist er betäubt Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht ein Lightning Strike reinlockt, ne? Ja, ich glaub die haben können Scheiß Stein Uh, da ist ein Dodo Rex Ja, ich sehs Kommt drauf Das sind Dodo Rex können Das ist das Dodo Rex Ja Ja Wie jetzt aber Ich hab Heid drin gemacht Ich hab Heid drin gemacht Das sind übelst viele Primaxe, guck mal, da steht übelst viel. Okay, lass das mal auf den Doterix fokussieren. Ah nee, an mir ist einer dran, sie dir. Ja, das sind zwei. Ja, das sind zwei.